So ein Schokoladenstück, ja das ist das reinste Glück, sagt der Kumuckl. Heute geht es um Gedichte. Latein, einfach erklärt, Metrik der Hexameter. Im Lateinischen gab es Dichter, die nach strengen Regeln ihre Verse bauten. Anders als im Deutschen sprechen wir bei der Abfolge von Silben aber nicht von betonten und unbetonten Silben, sondern von langen und kurzen Silben. Die Zeichen für diese seht ihr hier. In der Metrik der Lehre vom Versbau gibt es verschiedene Versfüße. Einer davon ist der Dactylus. Dieser besteht aus drei Silben in einer festen Reihenfolge, nämlich lang, kurz, kurz. Im Deutschen würden wir von einer betonten und danach zwei unbetonten Silbe sprechen. Das lateinische Wort Litora, die Küsten, wäre zum Beispiel so ein Wort, das auf der ersten langen Silbe betont ist und daraufhin zwei kurze unbetonte Silben folgen. Man sagt dann nicht Litora oder Litora. Im Hexameter haben wir sechs, griechisch Hexa, Daktylen, wobei der letzte Versfuß nur aus zwei Silben besteht. Deswegen kann man über der letzten Silbe einfach nur ein X machen. Und die vorletzte ist immer eine lange, also betonte Silbe. Nun kann man aber auch in den ersten vier Versfüßen statt den zwei kürzen im Dactylus auch eine lange Silbe haben, sodass wir keinen Dactylus mehr haben, sondern zwei Längen. Diese zwei Längen sind ein anderes Versmaß, das sich Spondeus nennt. Ein Beispiel. Omnia posidiat nun posidet aera minus. Das sagt Daedalus, der von Minos auf der Insel Kreta gefangen gehalten wird und nur über die Lüfte entkommen kann. Hier haben wir zuerst zweimal einen Dactylus, dann einen Spondeus, dann wieder zweimal einen Dactylus und der letzte Versfuß besteht wie immer nur aus zwei Silben, einer Länge und über der letzten Silbe machen wir ein X. Nun kommt die berechtigte Frage, woher weiß man, ob eine Silbe lang ist oder kurz? Ihr wisst ja oft, ob ein Vokal lang gesprochen wird, timere zum Beispiel und nicht timere. Aber wie man einen Vers nach Längen und Kürzen analysiert und welche Regeln es da gibt, das erkläre ich euch in einem anderen Video. Hier solltet ihr zunächst einmal dieses wichtige Versmaß kennenlernen. Latein einfach erklärt, Metric der Exameter.